Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Siedler und neue Allianzen. Ich werde es einfacher, ich kann hier noch eine Holzfällerhütte hinstellen. Da waren wir mal so ein paar Hütten noch hier hin. Das wollte ich noch mal abholen. Forschung abgeschlossen. Dann an die Arbeit. So, ich habe hier vergessen, hier wollen wir genühe, da brauchen wir jetzt dann hier Brot. So, hier unten wird es wahrscheinlich Fisch fleißig ansammeln. Sehr schön. So, schön. So, Schmelzhütten brauchen wir jetzt natürlich auch stimmen. Dann halt irgendwie auch Waffen schmieden. Das war nicht genug Rohstoffe. Was brauchen wir dafür? Ach, schon wieder Steine. Immer Steinprobleme. Da, die Häuser hier haben sich schon mal gebaut, schon mal gut. Ja, du bist fertig geworden mit deinem Zeug hier. Oh, Mann. Machen wir da ne Eselwagenbauer. So ne Eselmacher. Reise hae ich immer. Glaube ich schon, dass das weit weg ist vom Lager, aber das kann ich auch nicht ändern. Relativ einfach. Ich glaube wir bauen die Ausbildungsstätten hier hinten irgendwie hin. Ach, da war der Wagenbauer genau. Ich bin schon ganz durcheinander, was ich vorhin gebaut habe. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich muss da auch mehr Brot bitte. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen. So, jetzt machen wir das hier. Ich kann so gut wie alles bauen. Oh, sehr schön. Wo kann ich helfen? Das mal bitte freischalten. Unsere Armee wird angegriffen. Da kümmern sie sich schon automatisch drum. Ich muss mich ausruhen. Ich fühle mich zu Hause. Ich bin schon ein Schwerer. Ein Bauernhof. Schön, schön, so langsam geht es vorwärts, ja. Vielleicht kann er automatisch machen, ne? Vergesse ich immer. Hafen, hm, fehlt uns wieder viel. Oh, wir brauchen dringend mehr Steine. Nein, es ist immer zu langsam. Ein herrlich frisches Dich. Hm. Rekrutierung abgeschlossen. Aus der dritten Waffenmacherei. Schauen die denn aus? Hm. Habe ich da erst zwei gebaut? Das hört für mich schon wieder alles gleich aus. Jetzt habe ich da noch gar keinen dritten hingebaut. Was? Was sag. Oh. 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 Was? Oh. Oh. Get a good. Oh. Okay. Oh. 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 Sehr schön. Jetzt läuft das auch. Kein zu weit erstmal alles zu laufen hier. Ja und... Hafen wäre auch nett. Da sollen die da oben erstmal den Turm fertig bauen. Unsere Truppen sind erfrischend. Rekrutierung abgeschlossen. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Gut. Jetzt warten wir mal, bis wir 20 Steine haben. Forschung abgeschlossen. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Das Boot bringen sie hierher. Das machen wir mal kurz, dass die da auch schneller die Sachen rumtragen können. Euch kommt schon wieder ein Vorkommen dazu. Aber wie gesagt, mit Holz haben wir hier gar keine Probleme. Ich glaube, alle sind schneller als ich. Ich will gerade gerade, worauf wir als nächstes anpeilen. Ich meine, ich will einen Hafen bauen, da rate ich gerade eh auf die Steine. Für alles brauche ich Steine und die will ich nicht hernehmen dafür. Ich will einen Stein hier einfach aus den Felsen kloppen. Ein besonderer Ort ist bereits. Schicken wir da mal wieder Leute hin, die sollen da ein paar Trauben hinbringen. Das ist eh mehr als genug. So, jetzt haben wir mal endlich nicht genug für den Hafen, weil da war mehr Abwehrzeug. Mann, Mann, Mann. Was wir doch, was ich ganz gut finde, ist doch immer wieder bisschen ne Steigerung. Nicht zu krass, finde ich. Du machst eins und eins. Du machst eins und zwei. Du machst eins und eins. Und wir machen fünf. Sollte eigentlich easy aufgehen. Rekrutierung abgeschlossen. Und da könnte ich eigentlich noch easy ne zweite auch haben wir eh. Aber das klappt. Rekrutierung abgeschlossen. So, nach 34 Sekunden, dann haben wir auch genug dafür. Fisch haben wir wahrscheinlich auch im Überfluss normal. Ich meine so richtig sinnvolle Überschuss habe ich zwar noch nicht, aber die kommt auch noch. So, jetzt können wir einen Hafen wahren. Ich wollte gerade sagen. Halt, auf. Eine Belohnung abholen. Ich bin dran. Das macht ihr auch gleich. Wirklich niemand ist schneller als ich. Rekrutierung abgeschlossen. Und wie immer alle Steine weg. Die hier zu beschleunigen bringt mir nichts, weil wir einfach gar nicht genug Kohle von hier oben haben. Noch nicht sondiertes Backbaugebiet. Das heißt ja eigentlich, dass da irgendwas noch nicht sondiert werden. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Du bist dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Rekrutierung abgeschlossen. Das hier wollen wir unbedingt haben, also wir wollen irgendwas auf jeden Fall am Hafen verkaufen, um 250 Gold zu bekommen und schneller mehr Eselkahn, also besser geht es ja nicht. Ich finde es gut, Armee ist jetzt so ein ziemlicher Selbstläufer, da muss ich nicht viel machen. Ihr baut hier hinten fleißig Türme. Stehe bereit! Habt ihr den Gildemeister gesehen? Keine Banditen in Sicht! Guter Tag! Unsere Truppen sind erfrischt. Das ist witzig. Unsere Truppen sind erfrischt. Ich würde gerne sehen, was, was hier jetzt noch fehlt. Woran es quasi widerliegt. Rekrutierung abgeschlossen. Unsere Truppen sind erfrischt. Ich muss den dringend aus dem Ding stehen. Die Brise hier ist angenehm. Ist ja nervig. Gar nicht angenehm. Ist einfach nur super nervig. Ich hoffe, das Kämpfen ist bald vorbei. Ich weiß nicht, ob das Kämpfen bald vorbei ist. Ich glaube es ja nicht. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn schon. Mit dem Zweck des Spiels etwas zu widerlaufen. Jetzt kommt, mach den mal fertig jetzt hier. Unsere Truppen sind erfrischt. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Oh Mann, Mann, Mann. Ist das jetzt echt der Stein, oder wa? Ja. Der Eckpfeiler war schuld, oder was? Dass der Ton hier hinten noch nicht fertig ist. Ja klar. Lächerlich. Warten wir auf ein TÜV. Ja, kommt schon. Was kaufen wir denn? Oh, ein bisschen Brot, ne? So, die ein bisschen, bis sie das da hinbringen. So, ein Lebensraum mehr Wohnhaus. Auch super. Da angreifen wollen wir noch nichts. Mach mal erst im nächsten Part. Gut. Ähm, ich wollte hier irgendeinen abstellen, weil da scheinbar noch nichts sondiert ist. Gibt es etwas zu tun? Das haben wir jetzt noch nicht gebaut. Das haben wir jetzt noch nicht gebaut. Münzbrägerei bringt uns auch überhaupt nix. So was wollen wir jetzt dann mal hier irgendwo hinbauen. Da scheinen, der ist eh wieder riesig. Gut, wie es aber weiter geht, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part von Let's Play die Siedler. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.